Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich hier komplett im Dunkeln und es ist richtig windig, denn heute Nacht ist der Orkan Zähne. Und ich bin hier mitten im Dunkeln an der Elbe. Und hier werde ich jetzt die ganze Nacht schlafen und den Orkan genießen. Und es soll über 140 km h der Orkan sein. So, hier befinde ich mich. Das hier ist die Elbe mit ein paar Lichter. Das ist die andere Elbseite, wo die Lichter sind. Und hier ist es echt sehr windig und komplett dunkel. Und hier habe ich vor, die Nacht zu chillen. Ich hoffe, ihr könntet mich verstehen und gönnt euch den schönen Wind. So, das war's jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.